So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal zu einem neuen Video und zwar geht es nicht um Gaming, sondern heute geht es ein bisschen um Kryptowährung. Wir befinden uns hier auf Bitpanda.com. Das ist so quasi ein Anbieter für Wallets, wo man Kryptowährung kaufen und verkaufen kann. Als allererstes Mal, wer jetzt hier denkt, der kriegt hier ein Monsters Tutorial oder was weiß ich was, ist hier falsch. Ihr könnt gerne Fragen in die Kommentare schreiben, aber ich will vorne wegnehmen, dass ich überhaupt keine speziellere Ahnung von der ganzen Materie habe. Und ich habe mich jetzt hier mal aufs Einfachste ein bisschen eingefuchst, ein bisschen mir auch ein paar Videos angeschaut und auch ein Kumpel hat eben auf YouTube ein paar Videos gemacht. Und da habe ich ein bisschen Lust, mich dann doch mal mit zu befassen und möchte das einfach hier quasi dokumentieren. Hier gibt es keine Tutorials oder sonst irgendwas. Vielleicht ein Tutorial, wenn irgendjemand fragt, okay, wie kann ich mich hier bei Bitpanda anmelden und mir so ein Wallet erstellen? Wie kann ich kaufen und verkaufen? Das werde ich auch gleich noch zeigen. Aber definitiv keine, wie kann man das nennen? Ich prognostiere den Markt nicht wirklich professionell. Und bei mir hat es wahrscheinlich mehr mit, probieren wir mal das, probieren wir mal das, haben wir Glück oder haben wir Pech? Ob wir Geld verdienen oder nicht. Und des Weiteren sage ich auch gleich, wer hier dann irgendwie auch mal probieren möchte, das Geld, was ihr hier einzahlt oder was ihr dafür benutzt, ist, sage ich mal, wie beim Glücksspiel, würde ich jetzt mal ganz blöd erwähnen. Geht davon aus, es geht kaputt. Nehmt Geld, wo ihr nicht braucht für euren Alltag, nicht für Essen, nicht für Trinken, nicht für irgendwas, was ihr euch kaufen wollt. Einfach Geld, wo ihr sagt, okay, das möchte ich jetzt in die Sache investieren, Hobby oder nicht Hobby und vielleicht kriegen wir ein bisschen Geld raus oder vielleicht verlieren wir Geld. Das kann ich jetzt nicht sagen. Und ja, ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, die Message dahinter. Ich habe hier schon mal ein bisschen rumprobiert, habe hier schon mal ein bisschen getradet und eingekauft, verkauft und wollte das jetzt ganz einfach mal hier auf meinem YouTube-Kanal dokumentieren, wie gesagt, was ich mir jetzt hier kaufe, aus welchem Hintergedanken ich das kaufe oder auch keinen Hintergedanken, welches Gefühl ich habe. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir hier unser Geld ein bisschen vermehren können oder ob wir es verminimieren. Ich habe mir jetzt mal 400 Euro aufgeladen, beziehungsweise 402 Euro. 2 Euro sind dann die Gebühren, das heißt, wir haben jetzt rund 400 Euro auf dem Wallet in Euro und haben jetzt hier oben die verschiedenen Kryptowährungen, was man hier kaufen kann und dann eben entsprechend auch wieder verkaufen. Man sieht ja auch im Hintergrund so die Kurve, was sie schon bereits hinter sich haben. Man kann dann auch auf den jeweiligen draufklicken und kann genau die Details sich raussuchen und gucken, wie war es hier um 4 Uhr. Hier ist immer ein Tag, klar ist die Rückschau. Man kann ja eine Woche gucken, einen Monat oder sogar ein Jahr, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ist relativ einfach, muss ich jetzt sagen. Mein Kumpel hat das so erklärt, das ist wie so eine Wechselstube, wenn man Geld in andere Währungen quasi tauschen möchte. So in dem Sinne funktioniert es ja auch. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel auf den Bitcoin gehen. Der hat ja schon einen schönen Hype hinter sich. Wenn man da jetzt mal zurückgeht, so ein Jahr hier mit 16.000 und ist jetzt seitdem gut abgestürzt. Mal wieder, immer mal wieder hoch und ich denke auch, dass er jetzt mal wieder ein bisschen steigen wird. Wie viel oder wie wenig, kann man schlecht sagen. Er wird mit Sicherheit nicht mehr so hypen, dass er auf die 16.000 hoch geht. Vielleicht doch, vielleicht nicht. Wie gesagt, ich will hier nichts groß prognostizieren. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte jetzt hier einfach mal ein bisschen mein Glück versuchen, um es einfach zu sagen. So, ich habe auch gedacht, ich fange direkt mit dem Bitcoin an. Davon möchte ich etwas kaufen. Und zwar möchte ich von denen Bitcoin, also hier BTC Bitcoin, möchte ich kaufen. Mit welchem Wallet? Also man kann hier dann in allen verschiedenen Währungen eben Geld auf diesem Konto haben. Ich habe jetzt hier 400 Euro. Davon nehmen wir gleich mal 200 Euro. Ne, halt, ich nehme mal einen Moment. 150. Und kaufe mir davon jetzt quasi ein Bitcoin. Da gehe ich jetzt zur Zusammenfassung. Hier Betrag. Dann sieht man genau, wie viel Bitcoin dafür man bekommt. 150 Euro. Heißt 0,0261 Bitcoin. Muss ich hier auf aktivieren. Und jetzt kaufen. Trade war erfolgreich. Fertig. So, jetzt können wir auf den Dashboard gehen. Dann sehen wir hier unten, hier, mein Bitcoin. Mein Wert in Bitcoin. Also die 150 Euro plus minus. Weiß ich nicht, ob da jetzt wirklich noch eine Wechselgebühr dabei ist. Oder ob das jetzt einfach, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt mal hier mit 150 Euro Bitcoin als Startpaket angefangen. So, dann können wir jetzt mal weiter gucken. Ich weiß, dass Panthos ist in letzter Zeit auch gestiegen so ein bisschen. Da hat mir auch der Crusher eine Info gegeben. Der Panthos ist jetzt quasi auf diesem Bitpanda, also ist ein Bitpanda eigener Kryptowährung der Panthos. Und der soll, weiß ich nicht, glaube ich am 28.08. war es, auf mehreren Plattformen verfügbar sein. Das heißt, ich vermute, dass der noch etwas steigen wird. Und deswegen kaufe ich mir jetzt auch von dem noch etwas. So, wo haben wir den Pan? Bin ich blind? Hier ist der Pan. Von dem, wieder von dem Euro Wallet will ich bezahlen. Und hier nehme ich jetzt mal 200 Euro. Na, ich will es nicht vertreiben. Ich nehme auch mal 150 Euro. Und gehen wir zur Zusammenfassung. Bestätigen. 7 Sekunden, weil eben die Währung sich verändert. Beziehungsweise der Wert. So, jetzt haben wir quasi im Dashboard wieder, können wir einsehen. Panthos gekauft, 150. Bitcoin gekauft, 150. Jetzt haben wir noch übrig, 100 Euro. Jetzt können wir hier noch gucken, was gibt es denn sonst noch so. Ethereum ist, ja, ziemlich sprunghaft. Gucken wir uns mal die Woche an. Geht stationär nach unten, aber immer mal wieder nach oben. Weiß ich jetzt nicht. Die kann man hier zurückgeben. Oder ich stürze das jetzt ab. Ripple. Auch ziemlich sprunghaft. Zurück. Da gibt es noch Bitcoin Cash. Habe ich auch schon überlegt. Das geht es immer so stetig ein bisschen hoch. Zwar auch immer wieder runter. Ja, eigentlich geht es runter. Bergab. Aber habe ich mir auch überlegt, ob ich mir da schon noch was reinkaufen soll. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar andere, wo eben extrem günstig sind. Litecoin. Komodo EOS. Des Weiteren, wenn irgendjemand auf das Video Aufmerksamkeit aufmerksam wird, der Ultra den Plan von dem ganzen Zeug hat und ich mache hier Ultra was schlecht oder habe irgendwas schlecht erklärt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. So was haben wir hier eine Woche, geht auch nach unten, Monat, aber vielleicht Tendenz wieder ein bisschen nach oben zu gehen. Also ich würde gerne noch ein bisschen so zwei kleinere oder was auch immer mir dazu holen. Ripple. Bitcoin Cash. Und wenn das jemand weiß, ich würde gerne wissen, warum gibt es Bitcoin und warum gibt es Bitcoin Cash? Was hat es damit auf sich? Gucken wir uns hier mal den Monat an. Auch steil nach unten. Also generell ist es glaube ich so, dass die Kryptowährungen mit Sicherheit derzeit nicht am Boomen sind. Und vor allem, weil jetzt auch eben jeder seine eigene Kryptowährung machen möchte, das sieht dann doch relativ interessant aus. Eigentlich dann wieder nicht. Warum sieht er am Tag immer so? Das steigt immer so und dann, wenn ich auf den Monat gehe, geht er stetig bergab. Das verwirrt mich immer etwas. Aber wie gesagt, ich habe auch keine genauere Information oder ich bin da auch nicht irgendein Ass da drin und habe mich auch nicht mega darin belesen. Panthers haben wir. Sollen wir uns noch was von dem Ripple holen? Bitcoin Cash. Augur. Komm holen wir uns von dem noch was. Da geht es gerade mega nach unten. Kaufen wir. Rep kaufen. Bin blind. Ach, das ist wahrscheinlich XRP, oder? Ne, R, E, P. Ripple. Ne, kann man den jetzt nicht kaufen oder bin ich blind? Eins von beiden auf jeden Fall. Oder ich habe nach dem Fall geguckt, weil der Augur heißt und ich bei egal, whatever. Ripple, wie sieht es bei dem aus? Den hatten wir gerade auch genauso. Ne, da bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Ich glaube, Bitcoin Cash werde ich mir da noch was holen. BCH Wallet 100 Euro, dann machen wir da noch 50 Euro. Zur Zusammenfassung, jetzt kaufen, fertig. Und dann die letzten 50 Euro setzen wir noch in. Gute Frage. Irgendwas, was neu dazugekommen ist. Was sagt das hier? Eben das gleiche. Die gehen alle runter. Vielleicht kann mir das auch jemand erklären, was das damit auf sich hat, dass die alle, ist es einfach, dass die Thematik alles komplett am Wert verliert oder wie auch immer. Auf jeden Fall, oh mein Gott, ich will jetzt OMG kaufen. Hier OMG, 50 Euro. Ja, so viel Geld hätte ich gern. So, zur Zusammenfassung. Jo, das ist glaube ich das kleine Gleiche, weil das nur auf dieser Plattform irgendwie verfügbar ist. Fertig. So, dann gucken wir uns kurz unser Dashboard an. 15.000 OMG oder was? So, wir haben jetzt Panthers, wir haben Bitcoin. Bitcoin, umisego. Und Bitcoin Cash. 50, 50, 150, 150. Und dann würde ich sagen, schreibt meine Kommentare, ob ihr mehr von so Videos haben möchtet oder was ihr davon haltet, beziehungsweise ob ihr selber Geschäfte mit Kryptowährungen macht, gemacht habt oder vorhabt zu machen. Und gebt natürlich gerne einen Daumen hoch. Und dann denke ich, dass ich so in ein, zwei Wochen vielleicht nochmal ein Video dazu mache. Und dann sehen wir, okay, haben wir Geld verbrannt, haben wir Geld dazu bekommen, was auch immer. Jo, und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.